Hey, was tust du da? Was ist da drin? Äh, Medizinkram. Bullshit. Mach's auf. Warum? Weil ich es sage. Und weil wir vorhin nirgendwo hingehen. Okay, gut. Was? Ja, hab's dir das gesagt. Aber Laubakten hast du mehrmals geliefert, kurz vor dem Vorfall. Ja, ich und viele andere Frachter. Versuch nicht, dich auszureden. Du steckst da mit drin. Ich hatte nichts mit der Sache auf ihr, Rupert. Was ist mit dir? Ah, dieses Implantat vernehmelt mir den Verstand. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich finde es raus. Und in der Zwischenzeit reißt du dich zusammen. Irgendwer muss uns hier rausfliegen. Komm jetzt, wir gehen.